... zusammenbricht. Respekt für diese Leute. Wie die Marionetten sagen, das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Das sind wir. Aber das sind nicht die einzigen... Kommen Sie nur! Sehen Sie sich um! Ich habe schon mal von etwas namens... Security Presidential Directive 50. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Erfasse ein Echo in der Nähe. Die Clowns sind alle tot. Macht weiter Druck! Wir machen das! Schützt deine Augen, Leute!